Das Codewort lautet Exploding Mummy, gemeint ist natürlich meine neue Punkband, die so heißt The Mouth That Spoke Ill of Me, ist übrigens der Name des ersten Albums. Wenn wir damals nicht dieses Affen-Stiel-Kampf-Spiegel-Let's-played hätten, dann hättest du überhaupt keine musikalische Karriere. Alternativen Namen für die Punkband war übrigens Daniel and the Hanging Teeth. Gab's dann aber schon. Uns doch die Exploding-Mammes. Quizfrage zum heutigen Codewort. Wer kann mir sagen, in welchem Film die Band Dicke Bräute erwähnt wird, die sich dann umbenennen wollen und der Manager ist damit nicht einverstanden? Weißt du es? Ich glaube schon. So geil, wie die ausschauen. Ich kenne das Buch. Was? Da gibt es ein Buch? Die Bibel. Dicke Bräute. Sollte eh die Bücher der Bibel umbenennen, ich werde lustiger. Psalm 23. Das haben wir übrigens aber gerade meine Depri-Altern-Indie-Rock-Band gehört. Die Bibel heute. Mit Deadman Tell No Tales. Das klingt doch mit dem Neil Young Album. Der spielt bei mir auch mit. Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen und mir gefallen diese ganzen Spinnenweben hier nicht. Kannst du mir garantieren, dass es hier nicht zu Riesenspinnen oder kleinen Spinnen oder... Meinst du, warum das das letzte Uncharted-Spiel ist? Von der Riesenspinne verdaut. Über tausend Jahre lang. Du bist schon wieder im Kreis gelaufen. Seit acht tausend Jahren gibt es jetzt das Märchen von Hänsel und Grete. Und wir werden noch fangen Kinder der Laufen ein. Ja, zwei Männer versus Averys. Wer kennt das noch? Das Jugendamt, keine Ahnung. Oh, nicht aufgespießt. Leutnant Barton. Es ist von zwei zu seinen Männern. Avery Bale reitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Das ist gut. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel. Aber seid achtsam, Leutnant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, durchkämmt die Wüste, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihn den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln, mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück. Tja. Also voll geil. Uh, okay, muss man aufpassen. Wir haben es nicht mal scheiße, Sir. Das erinnert mich übrigens an den Eingangsbereich im Berghain. Das stelle ich mir so ungefähr vor, auch mit so einer Tür, mit so einem aufgespießten Tipp. Verrottete Leute mit Eintrittskarten und komischen Symbolen drauf. Aber wie geil das auch ist, dass die erst anfangen... Oh boy. Vorsicht, ne, wegen den Mumien. Ach ja. Äh, boah. Hier den Toto-Modus. Egal, dass sie auch erst anfangen, zu sprechen. Äh, nochmal. Äh. Dass sie auch erst anfangen zu sprechen, wenn man es selber gelesen hat, soweit. Ach so, ja. Nicht schlecht. Ja, das ist allerdings echt... Das ist doch... You gonna explode now? No? How about you? This guy had some serious trust issues. Wow. Ist er nicht runter. Oh god, oh god, oh god. Wow, 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 wow. You're done. Nice moves. Danke. Huh. Nicht so schrecklich wie die Hanging Bones. Es ist noch ein bisschen schrecklich. Ja, vielleicht 3 aus 10. Ich würde 4. Really? 4? So, Puzzle-Zeit. Also, 3 Kreuze. Mache ich übrigens auch, wenn wir hier durch sind. Okay. Ihr habt das zuerst gehört. Umdrehen. Also. Bei den 3 Kreuzen ist es oben links. Okay. Beim Totenkopf ist nur unten rechts nicht okay. Und beim Schiff sind die oberen zwei nicht okay. Also vielleicht erstmal den Totenkopf als Einstieg nutzen. Da ist er... Aber der ist umgedreht. Richtig. Crazy Shit. Ist da ein Trick. Und beim Schiff... Achso, da waren die oberen. Das heißt, ich müsste theoretisch hier so lang laufen können. Und dann bei den 3 Kreuzen, jetzt muss ich mal wieder gucken. Das ist schlecht so. Das ist blöd. Und bei denen... Ist alles blöd. Und das ist auch blöd. Dann geht ihr wieder zurück. Dankeschön. Danke für nichts. Und beim Totenkopf sind alle cool. Außer der... Unten. Yacht. Nee. Was? Was? Das ist der Typ. So ist der Typ, der Typ aus jeder Mami-Bomb in ihr... Das ist ja jeder Muni in die Luft gejagt, als es hier gibt. Da. Wir haben es geschafft. In deinem Gesicht, Avery. Das ist unser Weg aus hier. Oh Gott, sind wir nur die restlichen Männern? Ja, muss man sein. Wir wissen, Avery mag an ein Beispiel von seinen Fehmern. Er ist definitiv mag an die Explosion-Mummies. Ja, wir treten hier in die Zeit. Da ist immer richtig ins Zeug gelegt. Da ist es nicht so gut, aber es gibt einen Schwer. Wieso, nimm dir nicht seine Waffe und schießt es einfach durch. Beeilung, schwingen. Ach so. Jan. Sommer. Ja geil, bei Star Wars muss jetzt, er verliert es nur nur einen Seite. Rasen! Oh. 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 Das ist schon nicht gut. Da haben wir einen Jump und das kann. Oh. Keep running. I'm right behind you. Nate, move your ass, let's go. Oh nein. Oh nein. Danke, Captain Avery. Es ist wie die Zeit, oder? Nein, oder? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Leina? Hey, hey. Leina, komm mal. Leina. Oh nein. Mein Hero. Oh nein, du hast nicht getan. Scheiße. Das ist nicht lustig. Oh, du hast viel schlimmer gemacht. Du hast mir einen verdammt Schmerz. Oh, lass mich hören. Das ist gut für mich. Du denkst, du bist jetzt einfach für alles, was ich habe. Ja, wie immer. Nein, nicht durch eine lange Zeit. Oh, mein Gott. Du hast alles, überall. Hat jemand sagt, du hast eine lustige Idee, romantische Idee? Ja. Ja, vielleicht habe ich das schon gehört. Ja. Gut. 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 Das muss Sam sein sein. Komm schon. At least das Schmerz bedeutet, dass er noch ist. Für jetzt. Ist das ein Galleon? Ja, das sieht gut aus. Juiuiui. Da kannst du hoch. Ja, mit dem Haken. Ja, der Haken. Ich weiß. Denk an den Haken. Das wird übrigens auch das sein, wo ich dich dann umbringen mit dem Spruch. Ja, Daniel, denk an den Haken. Zack. Gut, dass du es mir jetzt schon sagst. Ja. Ich dachte, du willst meine Wohnung fluten. Ja, und dann, wenn du dir denkst, wo, wo, wo und so viel Wasser. Da kommt der Haken. Da kommt der Haken. Boah. Geil. Es ist ein Schiff Graveyard. Ein schöner Screenshot. Mhm. Sieht auch ein bisschen so aus wie das neue Tomb Raider, ne? Ja, ich wollte es kurz sagen. Aber nicht wie das neue, sondern wie das davor. Also halt das erste Reboot Tomb Raider. Sieht aus, wie wir hierher kommen können. Ja, es ist sicher. Es ist ungefähr so sicher wie alles auf dieser Isle. Halleluja. Haben die hier alle ihre Schiffe geparkt, oder was? Naja, so wie du halt auch parkst. Dürfen die da überhaupt stehen, hier Werktags? Ohne Parkausweis? Ja, wie sind sie da hingekommen? Libertalia Südost. Nur für Anwohner. Wir sind näher zu ihnen. Weeeee. Oh. Oh, crap. Look, das ist Sam. Sie sind verraten. Ja. Komm schon. Wir müssen ihn holen. Ich muss einen Weg finden. Oh, wie? Ding? Go! Ich wollte aber doch gar nicht, ich wollte... Ich wollte doch dir eigentlich... Cyber! Ich wollte doch eigentlich, dass du den ganzen Schieß-Scheiß machst. Und das machst du jetzt auch, glaube ich. Schieß doch nicht so gut. Meinst du das? Ja. Ja, dann. In der nächsten Folge den ganzen Schieß-Scheiß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.